Was geht ihr? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Wir sind gerade schon mittendrin, meine Freunde, schon seit 20 Minuten hier am rumtesten und wir haben eine kranke Idee gehabt. Und zwar, meine Freunde, wollen wir eine Strecke bauen für unsere allseits beliebte Quadrahmen, Leute. Und wenn man auf dieser Strecke bremst, dann ist man 100%ig tot, meine Freunde. Wir werden einen riesigen Fallentunnel bauen, der tatsächlich auch seine Höhen und Tiefen haben wird. Also wir bauen natürlich erstmal eine kleine Strecke, die sich quasi nach vorne bewegt. Dann gibt es später einen kleinen Part, der nach unten geht und dann wieder ein Part, der nach oben geht und so weiter und so fort. Ihr kennt ja unsere geistkranken Rennstrecke, meine Freunde. Mit dabei ist heute wieder eine liebe Eskischon YouTube. Yo Leute, ich bin heute auch wieder dabei. Du bist auch wieder dabei, Alter. Sehr schön. Tobi, hast du schon eine Stütze gebaut hier für das Ding? Jaja, da ist schon unter unserer Stütze. Guck mal, ich habe die Wand hier auch schon zu Ende gemacht. Alter, Leute, also ihr seht es hier auf jeden Fall. Das ist komplett gestört. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt überleben kann. Keine Ahnung. Na klar. Alter Schwede, wie das aussieht, Tobi. Also wir haben auf jeden Fall 200... Tobi, wir sind auch noch im gleichen Team, also das ist nicht das Problem. Ich bin mal gespannt, meine Freunde. Und wir werden das mit verschiedenen Fahrzeugen ausprobieren. Ich denke mal, wir fangen mit dem Golfkart an. Wir sind hier gerade in Lazy Links, meine Freunde. Und später dann nochmal mit der Quadra, mit der man ja auch ein bisschen boosten kann. Ich denke mal, dass mit der Quadra auch einfacher ist, weil man sich damit boosten kann. Und der Sound davon ist viel zu laut, Leute. Es tut mir leid, Alter. Oh mein Gott, Leute, ich habe es raus. Ich habe es raus. Ich bin der beste Fallenplatzierer der Welt. Schaut euch das an. Oh ja. Okay, stirbst du bei allen Fallen tatsächlich? Aua, ja. Okay, nice. Also wenn wir das Teamwechsel, meine Freunde, funktioniert, der Bug wurde endlich behoben, Leute. Ja, aber ich habe jetzt meine Sachen da mitten auf dem Weg. Dann kannst du direkt nach Tilti fliegen, neue Fallen holen. Das ist ja super. Also, oder? Ich meine, Tobi, das ist doch genau das, was wir wollen. So, ich würde sagen... Ich kann eine Quadra mal holen. Was kannst du? Eine Quadra auch holen. Einen Quad holen. Ja, sehr schön, Tobias. Alter, was passiert mit dem Würfel? So, was denn? Der ist übster Sprung. Ja, der ist... Nicht die Insel, sondern der Würfel. Ja, der hat so ein paar Dings. Das ist aber... Also, da muss man... Auch mit Macken ist man schön. Genau, mit Macken ist man auch schön. Da muss man auch mal sagen, dass das... Miau. Genau. Ich fliege nach Tilti, ne? Tschüss. Ihr seht euch auf jeden Fall hier schon mal den ungefähren Weg des Parcours. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, nicht allzu easy. Vor allen Dingen halt mit diesen Erhöhungen und so. Ich glaube, Tobi würde sagen, Revi, das funktioniert gar nicht. Aber ich sage in meinem Wahnsinn, doch, doch, Revi, das funktioniert gar nicht. Das funktioniert, mein Freund. Das funktioniert, Digga. Ja, das wird super funktionieren. Ich sage es dir, Alter. Also, den Großen und Ganzen, meine Freunde. Auf jeden Fall eine total kranke Aktion, die wir hier machen. Lasst dafür auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Und kommt gerne in Discord rein. Tobi und ich sind auch am Start. Und ihr könnt damit nicht mit uns schreiben und uns komplett in Ruhe lassen. Aber kommt trotzdem einfach mal rein. Das würde uns freuen. Und ich würde sagen, jetzt... Ich schlafe schon auf mit Leuten. Tschüss, bis gleich. Wir machen weiter. Genau, auf Wiedersehen. Ciao. Tobi, bitte. Ich mache den Kindern Angst. Ich mache keine Angst. Okay. Oh mein Gott, Leute. Schaut euch diese geisteskranke Konstruktion ist. Ah, so wie ein Hamster wieder. Hallo, was geht's? Kennst du schon die Luftballons? Luftballons oder Ballons? Das heißt nicht Ballon, es heißt Ballon. Ballon ohne Geh. Schreibt es in die Kommentare, meine Freunde. Ganz kurz hier an der Stelle, Leute. Heute Abend wird wieder, beziehungsweise heute Nachmittag, eigentlich ab 16 Uhr, wird wieder gestreamt. Also kommt er auf jeden Fall rum. Würde mich sehr freuen. Kommt mal ein bisschen Zeit ab. Kommt doch gerne mal vorbei. Genau. Ja, Leute. Ich würde sagen, wir bauen jetzt weiter einfach den Fallentunnel. Tobi scheint aber gerade... Ich bin wirklich hingefallen. Ich bin doch nie hier hingefallen. Oma. Oma. Oma, Hilfe. Leute, ich suche nach einem neuen Aufnahmepartner. Mein Alter hat sich irgendwie wehgetan. Wir bauen einfach den Fallentunnel weiter. Wenn der fertig ist, dann können wir schon den ersten Testlauf machen. Ja, und dann geht es auch gleich schon los im unendigen Fallentunnel. Ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn es gleich losgeht. Tobi, ich würde sagen, wir beide gehen jetzt mal ganz kurz einen Golfkart holen und dann geht es auch schon los, Leute. Denn der Fallenparcours ist tatsächlich fertig. Und ihr seht oben diesen kranken Tunnel. Der Tunnel hat sogar oben fallen an der Decke. Das ist das gestörteste. Ja, der arme Tunnel, Alter. Mir tut er auch los. Das ist krank. Leute, wir fahren mal ganz kurz nach oben. Und dann bin ich mal auf die Quadra. Ich glaube, mit dem Golfkart... Ja, es wird schon unmöglich sein damit eigentlich. Hier fehlt allerdings noch eine Sache und zwar die Decke. Die müssen wir auf jeden Fall auch schnell machen. Denn ohne Decke gehe ich verrecke. So ein kleiner Satz, den mein Biolehrer immer... Ist ja auch egal. Wir gehen kurz farmen bis gleich. Okay, Leute. Ich glaube, uns wird es jetzt aus schierer Ausmaß dieses Projektes bekannt. Ihr seht auf jeden Fall, wie unglaublich groß es ist. Wir haben jetzt 40 Minuten daran gebaut fast. Ich würde sagen, Leute, wir verfolgen das Ding jetzt noch ganz kurz und dann geht es gleich ab. Alter, Tobi, schau dir diesen gottverdammten Tunnel an. Ey, wo? Ja, also in dem wir gerade drinstehen. Hä? Wir stehen gerade in dem Tunnel drin, den ich angesprochen hatte. Hier unten? Ne, ne. Also jetzt einfach geradeaus der Tunnel. Der Tor da oben. Genau der. Leute, es ist soweit. Wir fahren jetzt durch diesen gestörten Tunnel durch und ja, ich glaube, das wird echt geil. Ja, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Du mal, lass mich so zurück, du kleiner Stinkepupst du. Guck mal. Hab dich getroffen. Meinst du der Platz, wenn man da mit in der Falle läuft? Meinst du, man kann mit diesem Ballons durchfallen, so durchhavern? Das wäre eigentlich auch geil, oder? So ein Hover-Ballon-Parcours durchfallen. Stimmt, Alter. Leute, neues Video. Idee geklappt. Kidmap, Odomanpke, Laserbeam oder alle anderen. das bitte nicht klauen danke ok leute Tobi nein steig ein Krieger ok 3, 2, 1, go Auto ist kaputt gegangen Nein Lauf Lauf Egal wir laufen zu Fuß durch Wir schaffen das Wir schaffen das Wir schaffen das Wir schaffen das Leute Wir schaffen das Komm Wir schaffen das Das Auto ist kaputt gegangen Ich darf keinen Fehler machen 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 Oh mein Gott Oh mein Gott Okay Tobi Versuch schon mal ein Auto zu besorgen Warte vielleicht muss ich Team 1 wechseln Ah einer muss in dem Team mit den Fallen sein Das ist es gewesen an der Stelle dann Ja jetzt machen wir Schade Leute ich dachte ich könnte wirklich das Ding durchlaufen Aber es klappt scheinbar nicht ok Quattram ich komme Achtung Bamm Mr.Lama es tut mir leid Aber ich musste sie leider... Warte, was? Wie hieß der? Was? Mr. Lama Okay, Tobi, bist du da? Ich fahr gerade Ich bin vor dir, glaube ich, da Ich bin schon da oben Echt jetzt? Ja, ja Nee Hey, du bist auch schon oben, oder was? Nee Ich auch noch nicht Lügenbeut Wer ist als erster da? Race, race, race Meine Freunde Okay, komm, kleines Rennen, wenn du erst da bist, let's go Ich bin da Echt jetzt? Nee, noch nicht Aber ich fahr gerade hin Du lügst ja die ganze Zeit Oh, guck mal! Ich bin der erste Du bist hinter mir Wow, ich bin jetzt fast kaputt gemacht hier Wer ist der erste, ist der Gewinner Und der andere ist schlecht Ich bin der Gewinner und du bist schlecht Achtung, fallen! Ah, hier sind fallen, hab ich ganz vergessen Okay, Tobi Ich steig bei dir auf, du fährst, let's go So, ich fahr Drei, zwei, eins Und go Oh Gott Fahr, gib Gas, Junge! Gib Gas! Gib Gas! Gib Gas! Digga, du musst doch den Boost aktivieren Hab ich schon, aber den kann man nicht immer aktivieren Oh mein Gott Okay, nochmal Wir haben nur noch eins Ja, dann, dann egal Nochmal Wir versuchen das Warte, wie sollen wir es schaffen? Ist, glaube ich, unmöglich, oder? Kann man nicht von oben hier runterfahren? Ich fahre, komm Tobi, komm Ja, komm hier hoch Oh, nicht hier runter Warte, ich rette es noch Ich rette es noch Boah Was? Nein 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 Wie das aussah Ey, der hat so död, död gemacht Hast du es gesehen? Ne Okay, wir brauchen eine neue Quadramme Hä, der macht manchmal so eine Lkw-Hupe einfach Ich weiß Alter, wie so ein Ninja Warte, kurz Guck mal Junge Was? Okay, drei, zwei, eins Und Fahr weiter Ich fahre ich weiter Okay, es lebt noch Okay Du hast viel zu spät, glaube ich, den Boost gezündet Meinst du? Ne, zu früh mehr nicht Aber man schafft es, glaube ich, gar nicht, oder? Na klar Okay, let's go Mach gleich, wenn du da Ja, guck mal Oh ja Jetzt komm Und nochmal Ich glaube, man braucht sowas wie kleine Zwischenetappen, weißt du, was ich meine? Ja, einfach ein bisschen Fallen abbauen, oder? Ja, willst du mal schnell bauen? Komm, schaffen wir noch schnell, schaffen wir noch schnell Ja, willst du mal schnell bauen? Ja, warte, warte, steig nochmal ein, steig nochmal ein, steig nochmal ein, steig nochmal ein, dann sterbe ich nochmal, dann weißt du genau wo Drei, zwei, eins und Hey, und los Ab hier, ab hier, ab hier Okay, okay, ja Wir müssen einmal, da muss einmal komplett alles an Fallen weg Ready for kickoff? Tickoff Tobi, ich muss erstmal landen One Ich muss landen Zero Okay Da musst du auch bremsen auf die Zwischenze Ich dachte halt, dass das direkt, dass das direkt halt losgeht, Mann Jetzt Ah, stopp Oh, es geht Okay Und weiter zur nächsten Etappe Ah, stopp Das war echt knapp, egal Ich komme zur nächsten Etappe, ich komme zur nächsten Etappe, ich komme zur nächsten Etappe, ich komme zur nächsten Etappe Das Ding ist kaputt, ne? Okay, let's go Okay, let's go Okay, der Weg runter war auf jeden Fall schon mal richtig nice, aber wir werden nach oben so langsam sein Okay, weiter, 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 weiter Oh ja Okay, wir müssen gucken, dass wir eine lange Gerade haben Alter, der Dorf ist gut, ne, der Dorf ist gut, der ist gut Let's go Oh Man kann nicht, man darf nicht bremsen Wenn du langsam, dann hast du so, ja genau Oh ja Oh 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 Was Nein 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 Okay, Leute, ich glaube, dass dieser Parcours absolut unschaffbar ist Dieser Parcours ist wirklich einfach nur geisteskrank Zwar ein bisschen failed, aber gut Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Tag Schaut auf jeden Fall gleich in den Livestream rein Ab 16 Uhr wieder online auf Twitch.tv aus der Strevenzeit Ich küsse eure Augen, macht's gut, bis zum nächsten Mal Und schaut bei Tobi vorbei Auf Wiedersehen, tschüss Muah